So, damit hätten wir jetzt den letzten Assassinen zum Meister-Assassin gemacht. Oder? Ja, sind alles Meister-Assassinen. Na, generell Assassinen geworden. Scheiße auf Aufträge, Geschichte. Scheiße auf Aufträge oder Geschichte oder so, weißt du? Wir haben jetzt alle... Ich hab meine drei Signale. Hooray. Joho. Los geht's. Nur die allerfeinsten Abgüsse und Verbindungen. Ja gut, also da brauchen wir noch sechs. Nun, euer Geld ist so viel wert wie jedes andere. Ähm, das will ich aber nicht hören. Noch einmal. Ähm, ist so. Jetzt gehen wir noch mal. Ja, komm, meine verehrten Kunden. Ich mag vielleicht exklusiv sein, aber meine Leistungen, die sind unerreicht. So, ich wollte nur an den Tunnel, in den Tunneleingang. Pantheon, Pantheon, denke ich. Ja, okay. Ja. Okay. So, jetzt laufen wir mal ein bisschen. So, jetzt gehen wir mal an. Der Boden würde sich öffnen und alle Bordierverbrecher in Hölle schleifen. Ich überlege gerade, wo lang ich muss. Aber ich bin jetzt hier richtig. Ich will nämlich noch nicht die Mission machen. Und da ist nämlich auch noch ein ein Cluster, was ich noch nicht machen konnte. Ich hatte ja erzählt, dass ich schon alle Cluster gemacht habe, bis auf eins, weil ich das eine noch nicht machen konnte. Die Guantia tut alles Menschenmögliche, kann aber nicht für eure Sicherheit garanzieren. Ein Hinweis an alle spanischen Söldner und Abenteurer innerhalb der Stadtgrenzen hoch. Die Guantia wird die kürzlich begangenen Übergriffe nicht länger dulden. Seid gewahrt. Bis die Lage sich beruhigt hat, werden die Strafen empfindlich verschärft. Nö. Ähm, so. Sind wir gut auf diese Insel hier gekommen? Also sag ich mal jetzt Insel. Wie viele das hier denn sind, ja. Glaubt man gar nicht. Die Leute hier eigentlich sind. Na okay, das hat jetzt nicht geklappt. So stylisch, wie das aussehen sollte. Es sollte eigentlich so aussehen, ungefähr. Zumindest so ungefähr. Darüber besser. Das ist ja. Okay. Ich erbez mir das. Das ist ja. Das ist ja. Das ist ja. Ich erbez mir das. Das ist ja. Sajgen. Das ist ja. Es ist ja. Ich erbez mir das. So, jetzt können wir interagieren. Kardinaltugend. Die Lakaien der Borcher glauben, sie könnten sich hinter der Kirche verstecken. Statueiert einer Kardinal ein Exempel. Tötet ihn, bevor er das Allerheiligste von San Pietro erreicht. Und die Kardinal töten. So, jetzt soll er das Ziel ausspülen, alles klar. Die Familie Orsin veranstaltet am lieben Samstag Festfiele in der Ebene vor Sander. Den Schmerzen wie die Eure höchsten Preisgelder. So, wir müssen jetzt so zu dem Zielort hinkommen. Sind ja noch 100 Meter. Ein Hinweis an alle spanischen Söldner und Abenteuer innerhalb der Klapprennungen. Die Burabia wird die kürzlich vergangenen Übergriffe nicht länger dulden. Seid gewahrt. Bis die Lage sich beruhigt hat, werden die Strafen kündlich verschafft. König Ludwig von Frankreich hat feierlich verkündet, dass das Essen in Mailand an französische Standards angepasst werden muss, bevor er einen Fuß dort hinsetzt. Die Weinvorräte jedoch werden weiter konfessiert. Nein. Nein. Nein, das wollte ich doch gar nicht. Ich hätte vielleicht vorher anvisieren sollen. Und er hatte kurzzeitig noch gesprungen, weil ich hatte eigentlich, ich war noch auf der Markierung von dem anderen. Und dann ist er kurzzeitig gesprungen mit der Markierung auf die... ...würde seine Hinrichtung als Strangulation stattfinden. Weil er sich so ehrenhaft ergeben hat, kommen wir seiner Bitte gerne nach. Campo dei Fiori, morgen zur gewohnten Zeit. Nicht lang. Nein. 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 Was sind das für Luschen, Alter? Die können ja gar nichts, diese... Okay, die... Nein. Ich will den nicht haben. Wie diese philosophischen Aussagen von so Bürgern, ne? Das ist echt krass bei denen. Ja, kannst du. Das wollte ich jetzt zwar nicht haben, aber okay. Ich bin in etwa an dem Ziel angekommen, das ich haben wollte. Können wir gerade den Schatz mal einsammeln hier. Weil wir ja nichts anderes zu tun haben. So. Letzter Auftragsattentat. Mission, Ding. Abschlussprüfung. Vier pepsiche Garten der Borgia werden heute ihre Ausbildung abschließen. Bebringt ihnen die Glückwünsche der Bruderschaft. Niccolo. Kleine Quarate der Gesundheitsanzeige verlieren. Wo sind sie denn? Wir sind für einen großen Bankett in seiner Villa ein, um seinen unvergleichlichen Geschäftssinn zu feiern. Die Familie Orsini veranstaltet an diesem Samstag... Ich bin jemand, der sich... Wo sind die? Einmal eine kurze Frage. Die sind irgendwo da. Bitte achtet auf herabfallendes Mauerwerk in der Nähe von Gebäuden. Unser Beileid gilt allen englischen Staaten... Mache ich das lieber so. Schwimmen mal ein bisschen, ist ja nicht verboten, ne? Das ist ja nicht verboten, ist ja nicht verboten, ist ja nicht verboten. Eine merkwürdige Art der Fortbewegung. Kann man hier rein? Ja, man kann hier rein, sehr gut. Hier ist auch gar keiner. Das freut mich natürlich umso mehr. Oh Gott, oh Gott. Oh Gott, ich bin hier so schlecht. Okay, nehmen wir mal das Schwert. Oh Gott. Ah, plötzlich habe ich alle geschafft. Ich sehe nicht mehr. Da ist er! Na! Komm her! Ja? Irgendwas an dem Umhang. Ja, bestimmt. Da hat mein Umhang mich verraten, ne? Genau. Nicht irgendwie, dass ich deine Kollegen abgemordet, äh, abgemetzelt habe, ja? Ne, überhaupt nicht, ne? Das war ja völlig normal heute, Alltag, ne? Ja. 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 Ja.